Herr Professor Unch, beim ASCO 2014 gab es eine weitere Auswertung zur Sentina-Studie, die in Deutschland gelaufen war. Was wurde da gezeigt? Also zunächst mal ganz herzlichen Dank an Brustkrebs Deutschland e.V., dass sie diese Studie als nicht pharmaunterstützte Studie gesponsert oder finanziell unterstützt hat. Das finde ich klasse. Und natürlich sind wir dann auch Brustkrebs Deutschland e.V. schuldig, immer wieder zu berichten von dieser Studie. Und das mache ich hiermit gerne. Frau Professor Liedtke aus Lübeck hatte ein exzellentes Poster zu diesem Thema. Und ich fasse jetzt das zusammen unter dem Thema der Deeskalation. Was bedeutet das? Wir behandeln momentan die Patientinnen, die wir neoadjuvant therapiert haben. Also zuerst mal die Chemotherapie, dann die Operation. Bei der OP wie folgt, diese Frauen bekommen so gut wie immer eine normale Axilla-Operation. Also wir nennen das im Fachjargon eine komplette Dissektion. Und wenn man sich die Daten anschaut, der Sentiner-Studie im Rahmen dieses translationalen Projektes, dem sich die Frau Liedtke gewidmet hat, dann weiß man, wir werden in Zukunft bei einem großen Teil der Patientinnen, vor allen Dingen denen, und das sind ja mittlerweile 60, 70 Prozent, die keine, eine komplette Emission haben in der Brust. Also heißt der Tumor ist in der Brust verschwunden. Werden wir auch auf die Axilla-Operation verzichten können? Das ist eine Erkenntnis aus Studien, die aus Deutschland kommen, mit Unterstützung von Brustkrebs Deutschland e.V. Da kann ich nur sagen, tolle Deeskalation, super Erkenntnisgebung für die Patientinnen. Und unter dem Motto Deeskalation vielleicht noch ein letztes, denn auch dieser Automatismus ist immer noch gang und gäbe, ob in USA oder Schweiz oder Österreich oder Deutschland. Nach neoadjuvante Therapie, wenn vorher ein Lymphknoten in der Achselhöhle befallen war, ob er über Sentiner-Lymphknoten, also Wächter-Lymphknoten untersucht wurde oder über Biopsie, wird routinemäßig bei diesen Patientinnen eine Strahlentherapie der Thoraxwand, der Brustwand und der Lymphknoten oberhalb und unterhalb des Schlüsselbeines durchgeführt. Wir nennen das Hals-Supra-Infra-Region. Nun muss man sich fragen, wenn 60% der Patientinnen gar keinen Tumor mehr haben nach der neoadjuvante Therapie, in der Brust und in der Achselhöhle, warum muss überhaupt da noch bestrahlt werden? Diese Frage widmen sich den amerikanischen Kollegen in der NSABP B51-Studie, nämlich Verzicht auf die Strahlentherapie bei diesen Patienten im Rahmen einer Studie. Und wir werden heute Nachmittag im Rahmen der AGOB-Studiensitzung zusammen mit Brustkrebs Deutschland e.V. darüber diskutieren, dass sie unbedingt dieses Studienkonzept, das von der National Cancer Institute, also von der nationalen Krebsforschungsbehörde in den USA unterstützt wird, auch in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz durchzuführen. Und da bin ich sehr dahinter und wir werden das schaffen mit Brustkrebs Deutschland e.V. Prima, vielen Dank. Es sind auch hier erfreuliche Nachrichten, dass man einfach schaut, dass man immer weniger tun muss und trotzdem das bestmögliche Ergebnis bei der Patientin erreicht. Danke. Vielen herzlichen Dank.